Herzlich willkommen am Freitag. Mit uns starten Sie jetzt gut informiert ins Wochenende. Das sind die aktuellen Themen heute. Die Familie saß im Biergarten eines griechischen Restaurants in Zwenkau bei Leipzig und wollte sich einen gemütlichen Abend machen. Plötzlich wurde daraus ein Albtraum, denn von der naheliegenden Straße schoss ein Fahranhänger mit seinem Kombi geradewegs auf den Freisitz zu. In Altenburg gab es am Abend einen Großeinsatz der Feuerwehr. Eine leerstehende Halle stand in Flammen. Im Grunde ein Routine-Einsatz für die Brandbekämpfer. Doch Anwohner und eine Bahnstrecke machten den Feuerwehrmännern das Leben schwer. Die Entführung eines 12-jährigen Mädchens aus Leipzig hat ja gestern bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Inzwischen wurde Haftbefehl gegen den Entführer erlassen. Und nach und nach werden auch immer mehr Details zur Tat und zum Täter bekannt. Vielen Dank, Daniel Johe in Leipzig. Dankeschön. Es ist ein Notruf, den die Polizei nicht jeden Tag bekommt. Eine Frau aus Görlitz meldet sich bei den Beamten. Eine große Menge Quecksilber sei in ihrem Keller verschüttet worden. Und sofort wird ein Großaufgebot zu dem Mehrfamilienhaus geschickt. Denn Quecksilber ist lebensgefährlich. Vor knapp drei Jahren brennt im sächsischen Wilkau-Hasslau ein Dönerimbiss in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr hat die Flammen glücklicherweise schnell unter Kontrolle. Doch dann wird aus dem Feuer schnell ein Kriminalfall. Denn Spürende finden in dem Imbiss an mehreren Stellen Brandbeschleuniger. Und die Imbissbesitzer landen vor Gericht. 250.000 Euro. Dieses schmucke Sümmchen muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was man sich dafür alles kaufen könnte? Für Maik Thümer aber bedeutet dieser Betrag seine Existenz als Schmuckhändler. Und die hängt seit dem vergangenen Wochenende am seitenen Faden. Der Chemnitzer Kunsthandwerker war mit seinem mobilen Verkaufsstand auf Usedom unterwegs und wollte auf dem Kleinkunstfestival seinen exklusiven Silber- und Naturschmuck verkaufen. Womit er nicht gerechnet hatte, waren ungebetene Kunden. Es ist der Kampf David gegen Goliath. Ehrenamtlicher Dorfbürgermeister gegen Oberbürgermeister und Landrat. Vogtland Gemeinde Eichicht gegen das große Öznitz. Zumindest eine Woche lang durfte sich das kleine Dorf über einen Etappensieg im Kampf gegen die übergeordneten Behörden freuen. Pommt aber holten die zum Gegenschlag aus, Ausgang offen und der Zankapfel eine 30er-Zone vereichigt. Die Einwohner von Rottleben in Thüringen gehen seit dem Pfingstwochenende mit einem eher mulmigen Gefühl ins Bett. Denn ganz offenbar treibt dort gerade ein Brandstifter sein Unwesen. Innerhalb von 5 Tagen hat es in Rottleben bereits 4-mal gebrannt und keiner weiß so recht, wann es das nächste Mal so weit sein könnte. Eine ideal gelegene und schön geschnittene und zudem auch noch bezahlbare Wohnung zu finden, die ausreichend Platz für alle Familienmitglieder bietet, das ist schon ein echter Glücksfall. Und dieses Glück hatte ein Paar mit seinen 6 Kindern vor gut 2 Jahren in Dresden. Und das hätte auch gern so bleiben können. Doch jetzt ist den Eltern ziemlich unvermittelt ein Räumungsbescheid ins Haus geflattert. Sie rasen mit 95 kmh durch die Stadt. 2 junge Männer, die sich ein spontanes Autorennen liefern. Ein Auto kommt in einer Kurve von der Straße ab und überfährt eine junge Frau. Sie stirbt wenige Tage danach an ihren schweren Verletzungen. Die Unfallverursacher standen bereits vor Gericht, waren aber lediglich zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Eine Entscheidung, die nicht nur bei den Angehörigen für Empörung sorgte. Und jetzt soll der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Urteil prüfen. Bald beginnen ja die Sommerferien und viele werden wieder an die Ostsee oder Nordsee fahren. Und so mancher wird erschrecken über den Abfall, der immer wieder an den Stränden angespült wird. An den Küstenbereichen in Mecklenburg-Vorpommern wurden bei einer Untersuchung durchschnittlich 70 Müllteile auf 100 m Küstenlinie gefunden. Und der Großteil besteht aus Plasteverpackungen. Weltweit ist das so. Weltweit nimmt die Verschmutzung der Meere zu. Und der Abfall gelangt auch über Flüsse dahin. Schüler der Burgteichschule in Zittau wollten jetzt auf ihre Weise helfen. Wenn Raucher und Nichtraucher in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen, dann kann das mitunter für Zündstoff sorgen. Besonders dann, wenn die paffenden Nachbarn keine Gelegenheitsraucher, sondern Dauerqualmer sind. Und in Dortmund sind genau aus diesem Grund die Fronten zwischen zwei Nachbarparteien seit Jahren verhärtet. Und jetzt hat das Landgericht Dortmund ein ungewöhnliches Urteil gefällt. Dass Katzen nicht nur schmusewillige Samtpfötchen sind, sondern auch eigensinnig und durchaus ihre Krallen ausfahren können, wenn ihnen etwas nicht passt, das muss sie jetzt auch Heike Meisinger schmerzhaft erfahren. Denn ihre Katze G. ist wie aus dem Nichts richtig aggressiv geworden. Um die Behandlung kleiner Patienten geht es derzeit in Dresden, wo noch bis morgen rund 2000 Kinderärzte tagen. Und im Mittelpunkt stehen die allerkleinsten, die Frühchen. Ronja z.B. hätte noch vor Jahren den Kampf um ihr Leben verloren. Doch die Intensivmedizin ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass selbst Frühchen, die unter 700 g wiegen, geholfen werden kann. Als die Döllnitz waren 1993, die Schmalspurverbindung zwischen Oschatz, Mügeln und Chemnitz als Betreiber übernahm, da wurde auf der Strecke noch Kaolin aus der Grube in Chemnitz befördert. 73 Jahre und kein bisschen leise, man könnte ihn schon als bunten Vogel bezeichnen. Achim Nimler trainiert heute eine Seniorenstep-Tanzgruppe. Früher, da tingelte er mit einer Tanzpartnerin als Trip-Tänzer durch die Nachtclubs und Lokale der DDR. Und der 1. Stripper des Ostens heizte auch der Politprominenz des Ostens ein. Das wird lustig. Heute Abend ist er zu Gast beim Riverboat. Also schalten Sie ein. 22 Uhr geht's los. So, und wir schalten jetzt ins Nachbarstudio. Es gibt Reisbaby, oder? Das ist perfekt. Viel Spaß euch, danke. Tschüss. Danke. Ja, und ab morgen feiert der Flughafen Leipzig-Halle sein 90-jähriges Bestehen. Und das ganze Wochenende